Mein Papa wäre nicht auf ein Dreirad gestiegen für tausend irgendwas. Ich habe eine Dame werden sollen, Pelzmantel und alles. Mein Papa war ein hoher General und ich ein unschuldiges Waisenkind, wie in einem Buch. Es war nicht wahr. Mein Papa war Briefträger, dann ist er an die Ostfront. Dann hat er einmal geschrieben, er schickt einen Pelzhut und er verteidigt dort die westliche, äh, wie heißt denn das Geschwind, Kultur. Der Hut ist nie gekommen aus Pelz. Ich habe nie niemanden umgebracht. Das ist alles, was ich von mir sagen kann. Also, ich bin nicht auf dem Weg, die Schlagnitzel vor dem Schlag. Ich bin nicht auf der Seite, wenn ich meine Schütze spiele für die Schütze spiele. Ich bin nicht auf dem Weg. Vielen Dank.